As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Liebe Geschwister im Islam auf der ganzen Welt Ich habe ein Projekt gestartet, das nennt sich As-salamu alaykum, Geschwister im Islam auf der ganzen Welt und habe meine WhatsApp-Kontakte gefragt, was sie davon halten und sie haben Inshallah mitgemacht, die meisten davon und deswegen präsentiere ich euch jetzt As-salamu alaykum, liebe Geschwister auf der ganzen Welt Das war es jetzt vom Video Inshallah wird es in Zukunft wieder einen zweiten Teil geben Vergesst nicht unseren Ersatzkanal zu abonnieren Link ganz oben in der Videobeschreibung Folgt mir privat auf Instagram für wirklich sehr schöne Sprüche und bis dann As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh